So meine lieben, neuer Part, hier geht es weiter, Master of Books Unlimited, weiter auf den 10er, hoffen wir, da können wir mal reinkommen hier. Und wie gesagt, für alle, die wissen wollen, wo ich online peitsche, checkt unten in den Kommentaren den Link zur WhatsApp-Gruppe ab, kommt einfach da rein, da kriegt ihr jeden Tag alle Infos, wo ich online peitsche oder schreibt mich privat an. Ihr selber könnt da nicht schreiben, es ist einfach nur eine Gruppe für Infos und, ja man, wie gesagt, ihr seht aber meine Nummer und könnt mich dann da auch privat ankurbeln, wenn ihr irgendeine Info braucht, wo man das hier zum Beispiel spielen kann oder andere Spiele. Und dann sage ich euch da Bescheid. Komm, jetzt mal 5 Hüpfel, 14 Mille aus dem Lauf, macht doch mal. Das wäre doch auch mal was Nettes, warum immer auf Bücher warten, wenn die Bilder auch da sind. Wäre ja auch mal korrekt, das ist ja genauso wie in der Spiele, da wacht es dir so den Arsch ab, ey. Auf diese gottverdammten drei Symbole. Anstatt der einfach mal irgendwie dickes Bild gibt oder was weiß ich was, ey. Alles wie zugemauert. Komm, ich mach mal hier, bis genau, du spinnst am 50er die ganze Zeit am Drücken, ey. Ich penn schon die Knochen ein. Ich penn schon die Knochen ein. So, mach jetzt mal ein Fittier. Lange keine zwei Bücher gesehen. Lange keine zwei Bücher gesehen. Anzeichen sind ein bisschen da jetzt gerade wieder nach dem Totentanz. Aber gut, Anzeichen bringen uns halt nicht viel. Jetzt aber. Oh, come. 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 Tut sich schwer hier, der Mist Bockmann. Ja gut, Gesamtstart von der ganzen Session. Der erste Part ist ja schon oben. Hier ist der zweite Part. Wir haben mit 1400 oder was irgendwie so die Ecke angefangen. Ja, wir sind noch im Plus. Klar, der hat schon gut gefressen, aber darf auch nicht vergessen. Man spielt auch auf 10 Eier. Da ist das schon mal normal, sag ich mal. Wenn der mal 1000, 2000 Fristen ist. Das ist wie auf 1 Euro, 100 Euro oder 200 Euro. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Wenn der eine tote Phase hat, dann passiert das halt. In den nächsten 1-2 Chancen musst du sitzen. Jawoll. Schweinehund du. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn man ein paar Verlängerungen kriegen würde. Dann machen wir kein Filz. Das ist ein Fall. Ja. 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 Man muss das dann. 1 1 2 2 3 2 60 Taki, naja. Das ist natürlich nichts. Das muss man ehrlich sagen, das war ja nichts. Hoffen wir, dass wir schnell noch mal reinkommen. Ach, Mann, Mann, Mann. So, wieder eine Kippe nach dem nächsten hier bei dem Zockerstress. Aber gut, mir erzähl ich das, ihr kennt das ja selber. Die Raucher unter euch. Schade, Mann. Hauen wir nochmal 50 rein, ja. Sag mal so. Ja, zwischen 1,5 und 1,8. Ich muss da nochmal reingehen, sonst können wir düster werden hier. Wenn das. Ich muss das. Ich kann euch alsser ein anfangenen. Ich muss das. Ich kann euch das. Ich muss das. Ja, das war schon. Ich muss da nochmal reingehen. Das sieht bitter aus hier, aber hier haben wir es bitter, machen wir nochmal 50 so. Dann werde ich dann nochmal das Spiel wechseln, wenn jetzt hier nichts mehr auftanz mit den 50 Drafts. Komm schon, Mann! Komm schon, Mann! Komm schon, Mann! Komm schon, Mann! Ich zeig dir extra ein paar Chancen an, um einen wieder geil zu machen da drauf. Aber ja, haben wir auch schon oft genug gehabt, dann zeigt er, was weiß ich, acht, zehn, zwölf mal an und ist immer noch nicht drin. Aber gut, bei dem Spiel weiß ich nicht. Manchmal hast du, was weiß ich, jede Chance, jede zweite Hinkel drin. So schön hochgearbeitet und dann Madrid. Machen wir noch ein paar mit den Knochen her. Machen wir noch. Machen wir noch. Man... Komm, gib mir eine schnelle Chance hier, ich will mir noch eine Chance angucken. Hier scheint die Messe gelesen zu sein, nehmend auf 8 Euro einen schönen Lauf, relativ gut, 3 um 10 oder 11 Uhr. Nur Fresskekser machen, letzte Chance. Aha, come on. Oh ne, komm, lass mich nicht so nötig. Aber gut, eine Verlängerung. Okay, gut. Komm, mal ein Fümmer da rein. Ach, come on. Ah, gut, wenigstens noch ein Dreier am Ende. 740. Gut, können wir mit leben. Sind wir wieder auf 2 Mille. Dann machen wir bei 2 Mille jetzt auch Stop. Dann gucken wir mal, was im nächsten Part abgeht. Vielleicht kriegen wir im nächsten Part nochmal ein paar schnelle Bücher, Leute. So, ich mach mal auf Stop, meine Lieben. Viel Spaß mit dem Video. Haut rein, Mann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 筑